Willkommen zu einer neuen PvP Map und zwar spielen wir heute Cube Control, das ist eine Map von Tezuma Void und das ist eine Bad Wars Map. Zusammen mit mir im Team sind hier Rettlern, Let's Game Your Play, GOM The Play, GOM The Play und Crazy Shiny aka Aceronic. Und wenn wir alle fertig sind, drücken wir diesen Schalter und dann geht's auch los und dann sehen wir uns nach den jeweiligen Intros auch wieder. Falls es Intros gibt. Hat irgendjemand kein Intro? Ja. Ihr alle drei, ne? Egal, ne? Dann lasst alle eure Aufnahmen laufen. Komm, wir können eine Selbsthilfegruppe gründen. Okay, ich drück jetzt den Schalter, ne? Jo, mach. Du drückst jetzt den Schalter. Du hast den Spielmodus geändert. Es geht los. Hatte einer eine feste Strategie von euch? Nein, du weißt, dass wir mit dem Looting-Schwert, nehmt euch erstmal alle einen bunten Helm. Mit dem Looting-Schwert, was da ist, packt es da rein, damit müssen wir Zombie-Pigment töten. Ich bin grün, ich bin grün. Das ist für ein Teil so ganz neben... Packt das Schwert in die Truhe, das brauchen wir noch nicht. Dann müssen wir die Tormel drücken. Du sollst den Helm nehmen. Das hab ich gesehen. Was für ein Helm? So, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Ganzen? Gumm, hast du auch noch das andere Textschwert drin, ne? Ne, hab ich nicht. Du warst schlau, Gumm, du warst schlau. Kann ich bei Optifine umstellen? Hab ich ja gerade gemacht. Wollen wir die Helme rüberbauen oder so? Wir müssen uns mit einzelnen Würfeln bauen, auch mal für die Zuschauer. Immer das, was drauf abgebildet ist, gibt's da drinne, also Baumstämme, Kühe, Cobblestone, Flint und so weiter, um damit eben uns aufzubauen und gegen das andere Team zu bestehen. Gut, ich hab schon ein Skelett. Ist nicht hier einer gerade drüber oder sind das die kommen? Ja, ja, wir sollen uns da hinbauen. Ja, aber ich seh einen. Stehst du hier gerade irgendwo vor mir? Äh, ich bin, siehst du mich nicht? Rettlang gehst du zu Skelett? Ich seh dich nicht. Ich geh zu Skelett. Reconnect. Ich steh jetzt? Bis, ja, ich seh dich nicht, ich seh... Dann reconnect einfach ganz kurz, daumse. Und ich hab schon mal ne gute Idee. Lagt ihr alles schon im Bett, nur mal ganz kurz? Ja, ich weiß noch nicht. Ach, nee, warte, 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 ich muss auch noch jetzt. Wenn ihr sterbt, seid ihr nicht, deshalb. Ja, wenn ihr noch ein Geht. Ja, siehst du mich jetzt? Mich, ich scheine. Ja, jetzt seh ich dich, okay. Okay. Oh, was? Pass auf das Skelettteil auf, macht das nicht so auf, dass die rauskriegen. Oh Mann, ich hab, ich, ja, ich seh euch alle endlich, ey. Ich hab mir schon gedacht, hä, was baut sich da so komisch. Ich hab schon mal ne Idee, wie wir später die Gegner vielleicht überraschen könnten. Nämlich, dass wir einfach... Komm, ich weiß, jetzt kommt deine Taktik. Ja, ja, jetzt kommt die Taktik. Nämlich, dass wir uns später wirklich irgendwie rüberbauen über die, ähm, also über diese Blöcke. Und die dann die Gegner einfach erschrecken oder überraschen. Und so das Bett schnell kommen kann. Ähm, Rettlang hast du das Schwert genommen? Nee, gut. Nein, ich pull, ich pull die nur. Die Zuschauer haben wahrscheinlich eh schon erkannt, dass man die Bette kaputt machen muss beim Gegner. Ach, falls sich wer fragt, warum ihr so viel Wolle runterkommt, da hat's Wolle-Spawner. Ja, ja. Also sind alles hier mit Spawnern gemacht, da sind überall MC-Edit-Filter im Werk und sowas. Ja, die spawnen ja auch da, zum Beispiel Glowstone und so. Hast du schon Halbpixel-Niveau? Und wie gesagt, du brauchst das Bett vom Gegner kaputt machen. Wie sollst du dich jetzt eigentlich töten, dann? Nur mal so. Kann mir kurz wer hier helfen gegen die Spinne hin? Ja, ich baue mich schon rüber. Boah, krass. Ach, du Scheiße. Äh, Syronic, du weißt schon wer, was ich halt vorhabe. Äh, Gomme, aber... Willst du jetzt schon angreifen? Nee, nee, nicht wirklich. Das ist die Gomme-Style-Taktik. Direkt am Anfang angreifen. Nee, das ist doch ähnlich. Ich möchte erstmal hier ein paar gute Rohstoffe ins Schwert und so. Und dann irgendwann baue ich mich über die Klötze rüber. Und dann wird angegriffen und wird das Bett geklaut. Und dann schmeiße ich mich aus der Welt. Und dann haben wir gewonnen. Wir haben schon einen klitzekleinen Vorteil, ich sage. Weil, Nordop, du kennst die Welt schon, oder? Ich habe eben dieses eine Spiel da gesehen. Und ich habe auch einmal schon mit euch gespielt. Achtung, Nordop, ich habe die Sachen, ich habe die Sachen, raus hier, raus hier. Ja, komm, ey. Ja, ich habe hier das Bett abgebaut. Äh, so, dass die Skelette nicht raus können, ne? Der Skelett-Spawner ist jetzt zu, ne? Ich habe alle Sachen, die wir brauchen. So, ich brauche jetzt zwei Wassereimer. Ich will das nämlich genauso machen, wie in dem Game-Clip. Achtung, da ist eine Spinne. Ja, Leute, ihr sollt wahrscheinlich mehr darauf achten, dass wir das Zeug ausleuchten, weil sonst, äh... Wo ist der zweite Eisblock? Wer hat den Eisblock, den zweiten? Welchen? Den Eisblock, den zweiten. Äh, ich habe... Äh, ich habe hier einen... Blind-Spawner, nützt du irgendwas? Blind-Spawner? Ja? Ja, nein. Also Feuersteine. Dann kriegen wir ja Flint raus. Achso, der ist silent. So, wer hat den zweiten Eisblock, den brauchen wir? Äh, nö. Äh, ich habe noch... Das ist schlecht. Hat den jemand zum Bauen benutzt? Oh, wehe. Eisblock? Oh, oh. Ich höre irgendwo... Naja, Wasser ist oben. Alle in eure Inmittage einmal kurz, weil das echt nützlich, äh, wichtig ist. Ähm, warte mal. Ich habe keinen... Hier ist ein Eisblock. Auf der Strecke, hier hinten. Ich höre mal. Na, das ist schall. Wir müssen mehr Klostern auf die Strecke bauen. Geht mal einer, der den ganzen Klostern hat da langs und baut da überall welche hin. Ach, und da kommen welche. Ja, wo kommen welche? Pass auf. Gegner, oder? Eben wegen den Monstern. Scheiße. Die Spinnen kommen raus. Nein. Hässliche Viecher. Und machen wir das so, dass jeder wirklich angreifen darf oder machen wir das so im Team, dass wir wirklich alle gemeinsam angreifen. Bitte sagen im Team, oder? Ja. Am Anfang ist sowieso, äh, würde ich vorschlagen, das Rohstoff zusammen. Ah, okay. Spawner müssen wir mal schnell, damit wir Werkzeuge haben und, äh, Waffen. Ja, ist irgendwie blöd, wenn man so aufnimmt und dann so, fertig. Ja, ja, das war ja damals so und da. Nur doch, haben wir Leder. Ja, genau. Ich baue mich kurz Holz spawnen und dann baue du dich eben zum Steinspawner. Hier. Dann holen wir uns Werkzeuge. Zironic, ich war schon wieder dabei, also ich war schon wieder halb drüben. Echt jetzt? Ernsthaft? Ja. Stimmt, du erst schon bei den Potions. Ja, ich, ich komme wieder zurück. Leute, wir haben ein kleines Problem. Aber es ist langweilig dann. Ja klar ist das langweilig, aber so gewinnt man schnell, sag ich mal. Ja, mit wenigstens schon. Und Spaß. Was brauchen wir? Ja, ich, oh, sorry. Not up, not up, not up, not up. Ja? Was brauchen wir, die, äh, die Saphire, oder wie die heißen, diese Grünen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da überhaupt tauschen werden, die sind ja alle verändert. Ich brauche mich da jetzt weiter rüber, so. Da drüben ist nichts mehr, oder? Ich glaube schon, ne? Einer kann mal zum Stein, äh, das musst du erst mal machen, dumm. Äh, Leute, da drüben, auch zum Weg zum Blaze-Spawner, da ist es überhaupt nicht ausgeleuchtet gewesen, deswegen haben wir da ein paar Monster. Ja, die verbrennen ja gleich hofft. Ich baue mal eine Crafting-Vox in der Mitte. Ah, jemand hat das Bett verteidigt, das ist nice. Ja. Ja, ich baue eine Crafting-Vox bei uns im Spawning. Ich mache eine Holzspitzhacke eben. Also dieser eine Würfel, der wurde noch nicht geöffnet, ne? Nicht, auch nicht alle öffnen, die Creeper-Spawner zum Beispiel, nicht, sodass die rausrennen können, das wäre ein bisschen doof. Und dieses Gelbe, was ist das Gelbe? Äh, Blaze-Spawner sollte sein, oder? Ich habe Magma-Creme, brauchen wir die? Ja. Ja, damit kannst du verzaubern bei den Villagern. Okay. Okay, ich, ja. So, ich schmeiß mich mal eben aus der Welt raus, damit ich wieder leben bekomme. Und die Magma-Schleins, brauchen wir die? Ja, bekommst eben Magma-Creme her. Deshalb würde ich sagen, ja, da... Wie viel soll ich jetzt davon warmen, wie viel Magma-Creme? Noch gar nichts, noch gar nichts, wir müssen jetzt zuallererst einmal mit dem Schwert gleich Gold fahren. Genau, ich wollte gerade fragen, ob hier schon jemand ein Schwert hat. Okay, wir hoffen, ich habe ein Loot-Schwerd. Hilft mal irgendetwas? Ups. Oh, alter, die Kühe. Wo ist eigentlich das Schwert, das wir haben? Ist das noch ein gutes Loot-Schwerd? Ja, ich hol's mal. Ah, nee, das habe ich, oh, fuck. Oh, pass auf, ne? Nicht runterfallen. Ups, nein, Spaß. So, runterfallen wäre heute eh nicht. Soll ich schon Sachen aus dem Blaze-Spawner nehmen, oder? Die kannst du rausnehmen, da. So, ich bring jetzt Stein und... Nein, ich bring Stein mit und Holz direkt. Okay. Ich helfe dir mal ein bisschen zu bauen. Ah, da, du warst schon eh drin in der Stein. Okay. Stein und Holz, also ihr könnt das Spitzhacken oder Schwert machen, aber nicht zu viel Zeug, bitte. Werden wir noch nicht so viel haben. Scheiße. Scheiße. Die wollen mich doch verarschen, diese blöden Blazes. Äh, aber... Ja, du musst deine kleine Farm bauen. Nein. Noch eine Bette zu bauen, würde ich sagen, ist unnötig. Ah, Domse, ohne Spaß. Ihr dürft keine Betten kraften, das ist... Domse, ohne Spaß, die ganze Wolle brennt gerade ab. Warum, was da gemacht ist jetzt so? Wegen den Blazes da. Ja, das... Reiten wir nicht theoretisch, dass wir das Bett auch abbauen können und dann irgendwo anders auf einer anderen Seite... Wer hat das Bett abgebaut? Ich hab mich doch ins Bett gelegt. Ach, das Bett ist doch hier. Ihr habt das zugebrochen. Das ist doch hier drunter. Da würden wir doch da drunter verrecken, oder? Ja, ich dürfe das doch nicht so dicht bauen, dann wird... Man spawnt dann nicht mehr, weil da zu viele Blöcke neben sind. Und wollen wir nicht das vielleicht wirklich irgendwo anders hinstellen? Vielleicht auf einen anderen Würfel? Nein, es darf nur da stehen. Ach so, okay. Nicht daneben zubauen kommen. Ja, ja, ich muss mich nur hier hochbauen. Bist du raus, Domse, weil das Bett kaputt, weil wir das Bett falsch zugebaut haben, anscheinend. Ja, ne? Das ist ziemlich dumm. Ja, wenn man da sterben will. Oh, oh. Nordop, ist das eigentlich dein Server? Den hab ich eben gerade gemietet, ja. Aber wenn ich jetzt doch nochmal sterbe, dann spawne ich doch wieder. Ja, das Bett war ja nicht kaputt. Nein, doch, 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 stimmt. Nordop, kannst du dich kurz zu dir teleportieren? Auch raus. Ja, ich bin tatsächlich runtergesprungen, wegen dem Hunger, aber irgendwie... Nein, das Bett war ja nicht abgebaut. Aber ich, wenn ich mich jetzt kille, dann spawne ich nicht mehr beim Bett. Oh, nein. Nee, ne? Wieso ist der Eisblock... Nein, kommt der in meine Hand, scheiße. Ich hab gerade extrem... Brauchen wir Emeralds? Ja. Und hat einer Holz? Ich hab 25 Emeralds. Ja, ich spawne gerade. Ich spawne nicht mehr. Ganz ehrlich, gut gemacht. Domse ist raus und ich glaub auch crazy, oder? Ey, was kann ich dafür? Ich hab dann... Dann portet Domse einmal, ja. Ja, eben, die haben uns ja extra gekippt. Also ich... Deswegen, ich würde, wenn da schon welche raus sind, wirklich auf die Überraschungstaktik irgendwie gehen. Also, dass wir wirklich alle aus unterschiedlichen Richtungen angreifen werden, damit die einfach keine Chance haben mehr. Die haben bestimmt noch kein Schwert, irgendwie. Dann baut sich ein Team, ein paar von uns auf der linken Seite rüber, die anderen auf der rechten. Dann bauen sie sich so gut auf und dann sind wir am Arsch. Ja, eben. Dann ist das auch irgendwann so ein endloser Kampf und die campen sich dann da hinten in die Basis und das macht ja keinen Spaß. Wir rennen alle auf die Gegner zu, teilen uns auf, schlagen die runter und einer geht zum Bett. Ja, wir bräuchten... Ja, ich kann hier zum Bett. Ich kann... Ich will auch zum Bett. Okay, aber was ist jetzt zum Teufel mit dem Bett los? Jemand hat zu viel Wolle rumgebaut, du konntest nicht mehr spawnen, weil da zu viel Wolle drinnen rum war und dadurch wirst du raus. Nein, aber eigentlich, das Bett ist ja nicht kaputt, deswegen ist ja nur ein kleiner Spawnfehler. Ich bin gerade eben wieder... Hä? Ich hab dich teleportiert zu mir, Domse. Siehst du mich? Hä? Wo bist du? Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht erlaubt, dass du mich jetzt teleportierst. Ich hab keine Ahnung. Da gibt es ja irgendwo Stein. Ja, das war doch ein Fail unsererseits. Das Bett müsste eigentlich noch da sein. Ja, okay, aber dann bin ich ja irgendwie halt trotzdem raus. Deine Ausnahme hier. Ich bin sehr eng und Schwert. Ja, aber warum, das wäre doch voll der Spielverderber, wenn wir jetzt quasi hier einfach so... Wegen unserem Fail, wenn du raus bist, quasi. Ja, aber das ist halt der Fail vom Team. Ich weiß nicht, ob das jemand... Das ist wie Ronny, ich habe früher das einfach gemacht. Was? Ich gucke in deiner Aufnahme, ob du hier alles voll gebaut hast. Ja, ich habe gerade ein bisschen Leder. Du wirkst schon so nervös. Nein. Also, wenn du uns auf den Spielverdienst bist, dann bist du hier. Nein, nein. Ich bin ganz gechillt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das würde dem anderen Team nicht so getan. Könnte mal einer zum Torbinen-Spawner kommen, der nicht aggressiv hat, der dich nicht gelurrt hat, oder wie man das nennt, damit er die Sachen einsammeln kann vielleicht. Und woher kann man sich Steine holen? Ich meine, ich brauche ein besseres Schwert als ein Holzschwert. Geht mal ein paar Steine dummen. Geht mal weg dann. Steinspawner bauen. Echt, echt. Scheiße. Was haltet ihr davon, wenn ein paar Leute jetzt hier so quasi weiterbauen, sich stärken und wollen wir nicht, wir gehen erst mal auf Angriffen besuchen, die auszuspinieren, oder? Ich habe gerade Leder, ja? No, no, no. Okay, wir versuchen das. Alex, bist du hier? Äh, nein, ich bin fast tot. Sironi, komm mal mit. Komm mal mit, ich habe hier schon eine gute Strategie. Ich bin gerade beim Blaise-Spawner und werde gleich töten. Wollen wir das auf die falsche Richtung hier? Nein, nein, nein. Es muss irgendwann jemand hierher kriegen. Also meine Strategie, wir bauen uns hier am Rand drüber. Die legendäre Michi-Rand-Taktik. Nicht Michi, Gomme. Ich habe eine geile Idee. Wir können uns doch Lederrüstung machen, aber in Blau, dass es so aussieht, als wären wir von Team Blau, oder? Wir haben erstens keine Farbstoff und zweitens dürfen wir es nicht. Und sie sehen den Namen. Schade, wäre aber eine coole Idee gewesen. Aber man kann sich Unsichtbarkeits-Portions machen. So, ich bin da. Ich glaube, die werden alle angreifen. Ja, weil man guckt nicht mehr, wenn man jemanden aus der eigenen Dings sieht, ne? Nein, 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 nein. Gute Idee, gute Idee. Äh, da hinten hockt schon einer. Die bauen sich auch schon rüber, auf alle Seiten. Gut, dann ist das ein Gegner, einem Holtz-Dingens. Das ist ein Gegner. Komm, wir kommen, wir kommen. Auf den Mittleren, auf den Mittleren. Auf den da? Ja, genau. Herr Dom, du bist doch wieder da. Ja, ich frag mich, aber ich glaube nicht, dass ich... Soll ich jetzt weiter machen oder nicht? Ja, komm doch weiter. Ja, du wurdest ja nicht geportet. Doch, wurde ich. Nein, wurdest du nicht, wurdest du nicht. Doch, das habe ich nicht geportet. Das steht nicht im Chat's Crazy. Nein, 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 nein. Dann darf ich Crazy jetzt nicht hochladen, weil das war ein Bug. Einfach ein Fehler. Ne, ich mach so einen eleganten Cut. Und jetzt hier nochmal. Black Screen. Äh, ups. Äh, Camtasia hat gespielt. Achtung, er hat uns noch nicht gesehen. Zironic, rüber, rüber, rüber. Oh mein Gott. Ich komm euch mal hinterher. Alter, hier ist ein... Oh, er hat uns gesehen. Oh, was machst du denn? Oh, wow, sag doch was. Leute, ihr wisst schon, dass hier ein Eisblock ist beim... Den hat jemand verbaut. Ich wollte den eigentlich hinbauen. Komm, dann rüber. Ja, toll. Er ist Ronny, komm schnell wieder rüber gelaufen. Ja, komm, ey, aber... Wieso? Ich mach mal was, Lena. Du musst schnell rüber gelaufen kommen. Wie überraschen ist die jetzt? Komm, ich... Ja, ich helfe auch nicht. Du, ich hab jetzt ein bisschen was... Ich warte jetzt hier 20 Sekunden, weil sonst... Ey, Gold. Na, was macht die hier? Wie seid ihr so schnell hier hingekommen? Gesprintet. Ey, aber Leute... Ich kann nicht mehr sprinten. Garantiert nochmal zurück, weil wir spawnen nicht im Bett. Greifen wir sie an? Noch nicht. Wir kommen da noch nicht rüber. Alter, haben die da Bögen? Die haben noch, glaube ich, gar keine Waffen. Pass auf. Oder? Zurückseigende Basis. Der Link hat uns schon gesehen. Wir müssen Wolle holen, Gumme. Ja, ich hab noch welche. Hast mir mal ein bisschen was. Du hast ja Schwerter. Komm. Wolle packen. Wolle nicht in die Dingens-Truhe. Nicht in die Helm-Truhe-Wolle packen. Ist das Pixel da unten? Ja, Pixel. Der baut sich auch rüber. Kann mal jemand drunter springen und den töten, bitte? Ja, eben. Sag ich doch. Wir müssen wirklich aggressiv langsam... Ich kann nichts machen, sonst wäre ich hier so das Opfer, was... Bau dich irgendwo rüber, Dom. So, ich hab ihn getötet. Blöd, ich kann nichts machen, weil ich muss doch noch erst im Bett schlafen. Nur noch auf Haften auf Stein. Nein. Scheiße, warum kann ich den Wolle nicht abbauen? Du wolle nicht, Mann, du musst... Ich baue deren Spawner ab. Ich kann nicht mehr was abbauen. Ey, ey, ey. Was ist, Gumme? Leute, nicht sterben, Leute. Leute, ganz kurz. Ja, das Wett ist da kaputt. Ich muss den P-Machen. Nicht sterben. Nicht sterben. Gut, ich mach kurz deren Spawner kaputt. Nicht sterben, Alter. Domme, die sehen dich, was machst du? Leute, ich kann nicht, lol, jetzt... Schnell. Ich war in Troll-Mode. Nein, 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 nein. Nein, scheiße. Mach schnell, Bett. Kommt die hoch, oder was? Ja, die kommt hoch. Hä, in was für einem komischen Game-Mode war ich denn? Bau die Blöcke ab. Du, Doms, du nimmst jetzt hier die Spitze ab und die Steinsperren. Ey, Domme, bitte, bitte, bitte. Aber ich muss mich noch reinlegen. Es ist aber nicht Nacht, du kannst dich jetzt gar nicht reinlegen. Danke. Ja, ich hab nicht mehr Sachen. Oh, ich hab noch Sachen, lol. Ich, jetzt hast du Wolle. Ich, da unten ist, da liegt noch Wolle. Ich versteh das Chaos, Alter. Also, zum Scheiße, es geht grad voll ab. Domme, 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 Domme. Ja, ich hab alle durch den Mann da drin. Domme, ich brauch Nahrung, ich brauch Nahrung. Hey, Domme. Ja, ich hab hier hinten nix. Domme, soll ich bei Ihnen reinrennen? Gebackene Kartoffeln, Leute, ich hatte welche dabei. Domme, Domme, kommst du hier runter, schnell. Ja, erstmal hier einen Happen essen. Domme, du bist das Ablenkungsmode, ich renne los, baue das Bett ab, okay? Nix, da. Tu mal nix. Ich mach ne Spitzhack und baue der einen Spawner ab. Hey Leute, können wir uns helfen bitte, jeder Mann wird gebraucht hier an der Front. Ja. Du gehst mal rüber, renn mal rüber. Ich werd das Bett abbauen, einer von uns beiden, renn einfach noch nicht, noch nicht. Leute, haben wir kein Cobblestone? Luke, schlag ihn runter, schlag ihn runter, wenn Luke kommt. Warte noch mal, in was für einem komischen Game-Mode war ich grad, wo ich nichts abbauen konnte? Adventure-Mode. Warum war ich das? Und ich hab Luke da runtergeschlagen. Weil du noch gespawnt bist. Ach, Luke, äh, ich brauch mal, äh, nur noch, hast du Cobblestone? Nein, ich bin untergefallen. Ich hab grad welchen geholt. Nein, ich bin untergefallen. Ich brauch auch unbedingt welchen. Ja, direkt neben mir, direkt neben mir. Ja, egal, toll. Ähm, weitermachen, weitermachen, weiter. Los. Das war ne gute Idee, aber schonmal. Wir müssen jetzt wirklich aggressiv angreifen, damit wir die bekommen. Alter, ich platzi die ganze Zeit blöcke. Wo ist der Enchanter? Ist der, wo bist du das? Ich brauch mal, ich brauch mal ne, äh, hier Steine. Ich mach euch später. Ach so, für was? Steinspitzhacker, Steinspitzhacker. Ich will den, äh, Spawner kaputt machen. Wer braucht nen Steinschwert noch? Ich brauch nen Steinschwert, Gomme. So, ich bring jetzt erstmal Stein rüber. Oh Gott, Gomme, bleib stehen, komm zu dir. Noll, Pixel, ist der bei uns, der Pixel, Gomme? Ach, danke, danke. Ist Pixel echt bei uns? Hä? Ich weiß nicht, weil der hier grad steht. Ich hätte den grad so schön runterschubsen können. Scheiße, lass. Ey, ich kann nicht das Bett haben von irgendeinem. Schatz. Warum hat der Flut den Helm an? Ja, wo bist du? Äh, direkt neben dir, oder? Leute, ich werde gleich sterben und ich hab ja immer noch nicht im Bett geschlafen. Ich hab noch drei... Was? Ja, ich versuch's doch schon. Hab ich jetzt grad das beste Zeit, oder? Ich bin tot, ich bin tot. Was ist mit Pixel? Was ist mit Pixel? Ach, scheiße. Ey, aber Domster darf doch wieder kommen, wenn die unser Bett noch nicht haben. Ja. Die haben unser Bett noch nicht. So, wie komm ich jetzt mal zu denen? Wie komm ich jetzt mal zu denen? Ja, dann mal zu denen. Äh, über den Mittelweg. Genau über die Mitte. Direkt über die Mitte kommst du da hin. Ich glaub nicht, dass ich... Moment, ich tp dich. Hä, darf man tp'n? Nein. Genau über die Mitte. Äh, eigentlich darf man so lange ein neues Bomben, bis das Bett weg ist. Ich bin direkt beim Spawn. Das sag ich doch die ganze Zeit. Okay. Gut dann. Achtung, wir bauen schon mal. Das ist alles legitim, alles legitim. Okay, ich lenke die ab. Geh den ran, geh den ran, geh den ran. Ich hab grad Steine gefarmt, Mann. So, ich hol mit dem Lootenschwert mal ein bisschen Leder und ein bisschen, äh, Fleisch. So, ich hab, ich hab den Spawner, den Steinspawner kaputt gemacht. Ah, ich dachte schon das Bett. Na komm, Kev. Wir haben das mit Steinen zugebaut, wir brauchen eine Spitzhacke. Die haben das Bett, äh, komplett zugebaut. Die sind so schlau. Das ist natürlich... Oh, ja, ja. Ah, fuck. Ich hab den hier drüber gebaut, die warten da schon. Ähm, kommt mal besser rüber, alle. Ey, schnappt euch alle ein Schwert und kommt... Ne, ne Spitzhacke, ne Steinspitzhacke. Ja, wer, wer macht Spitzhacke? Ich hab keine Steine mehr. Ach, darf da... Oh, die kommen, glaub ich grade. Über den Potion oder... Die haben verzauberte Tränke, äh, Schwerter. Ja, aber nur mit Looting. Ja, aber trotzdem. Ja, ich hab Bastik gekillt. Der hat Essen und nen Helm. Ey, ich sag euch, das ist die schlechteste Taktik, die ich je gesehen hab, aber ich glaub sie funktioniert. Aber wir brauchen nicht, äh, eine Steinspitzhacke. Also nochmal, was ist jetzt unsere Taktik? Ich bin... Gar keine Toten von der Gegner. Ja. Einfach rauf. Irgendwie draufhauen. So, ich bin auch tot. Endlich im Bett, ey, jetzt bin ich endlich wieder. So, ich hab... Ich hab Pixel-Architekt getötet. Ey, wir brauchen nicht... Nice, ey, was... Was für ein epischer Herkampf. Ich brauch Leute, die nachrücken. Ich brauch Leute, die nachrücken. Bei mir. Ja, ja, ich komm mal. Ich farm jetzt ein bisschen Magma-Cream bei den Slimes und dann können wir... Hier, Rettland, ich bin hinter dir. Feuerschwecker, warte. Boah, komm mal! Ja, los, geh rauf! Geh rauf! Nein, ich bin tot! Nein, ich bin tot! Nein, aber er ist runtergefallen! Er ist runtergefallen! Scheiße, Mann! Alter, was machen wir? Ich hab kein Schwert mehr. Hat noch jemand ein Schwert übrig? Ne, ne? Doch, hier liegt ein Schwert. Darf ich das mit, äh, Plünderung nehmen? Dann geh aber plündern am besten. Nein, scheiße! Ah! Ich nehm das Steinschwert, das in der Truhe lag, ne? Das verzauberte. Ich hab hier nur Steine und Holz. Ich müsst ihr euch holen aus den Spawnern. Ja, ich hab den... Alter! Ich hab mir jetzt ein Holzschwert gemacht und jetzt geh ich mal so schön mit Wolle. Ein Holzschwert und versuch die einfach mal runter zu schubsen. Wir brauchen eine Spitzsacke für das Bett. Wir brauchen eine Spitzsacke für das Bett. Wir brauchen eine Spitzsacke. Ah! Nein, aber die sind... Die haben, glaub ich, den... einen kleinen Vorteil. Warum? Den kleinen Vorteil? Boah, der Creeperspawner nervt gerade. Alter! Wer hat das ganze Zeug nicht ausgeleuchtet? Die sind überall Monster bei uns. Achtung, die kommen auf den Mittelblock. Die sind auf dem Mittelblock. Wir müssen das Bett schützen. Mit Wolle, Alter. Die haben Steine genommen, okay? Scheiße! Die brauchen auch Steine! Nein, da ist ein Creeper beim Bett! Nicht zum Bett gehen! Nicht zum Bett gehen! Minecraft-Bucket, fuck! Nein, ich bin runtergefallen! Nein! Warum sind die so okay? Leute, passt auf! Bei unserem Bett ist ein Creeper! Nicht wirklich! Hat jemand ein Feuerzeug? Oh, tacke! Weg! Hier ist ein Creeperdach! Oh nein, bitte nicht... Bitte nicht die Kisten kaputt, Mann! Oh, lass den Creeper in Ruhe! Warte, komm! Hinter dir! Ach du Scheiße, Mann! Alter, Minecraft-Bucket! Nein! Nein! Pixel! Okay, Pixel! Ey! Ich baue das verdammte Bett zu! Ich habe keinen Bock mehr auf die Creeper! Nein! Aber was? Nicht ganz zu bauen! Nicht direkt dran zu bauen! Ich... Hat jemand ein Schwert für mich? Alter, hier sind viel zu viele Monster! Minecraft-Bucket kommt drüber! Okay, ich... Ich gehe jetzt mit der Hand ab... Hat jemand ein Schwert für mich? Hat jemand ein Schwert? Nein, nein, nein! Geh einmal ganz kurz Stein holen! Ja, da sind zu viele Monster! Ey, jemand macht jetzt Steinsachen für uns alle! Ja! Ich gehe jetzt Stein holen und dann mache ich das! Und, äh, Domse, kommst du mit? Gegner ablenken? Ja, ich komme auch mit! Äh, ich gehe auch... Ich gehe mal so einfach, äh... Ich renne jetzt mal durch! Ja, ich renne jetzt mal ohne! Scheiße! Leute, hier ist überhaupt nicht ausgeleuchtet! Ja, dann geh direkt auf das Bett, Domse! Geil! Ich hab von den Gegner ablenken! Ich weiß... Ich bin hier... Sorry, aber ich bin grad so durcheinander... Erst durch das Bett... Wo muss ich hin? Wo sind die Gegner jetzt? Auf der anderen Seite! Komm, wir rennen jetzt mal durch, ja? Wunderbar! Go! Komm her! Komm rauf! Oh, der Schaden! Der Schaden! Durch die Spinne! Der kriegt richtig viel Steine! Ja, er ist tot! Er ist tot! Schnappt euch ein Schwert! Schnappt euch ein Schwert! Schnell! Boah! Ich fasziniert alles dabei! Achtung! Ich hab'n fasziniert! Leute, die haben immer noch keinen Stein-Spawner, deswegen... Die werden sich keine Tools mehr machen können! Komm mal her, Domse! Was? Wo, wo? Ich hab'n Stein-Spawner hinter dir! Dankeschön! Bitteschön! Boah! Okay, wir gewinnen doch! Auf, los, 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 los! Äh, hier, noch! Ey, wir brauchen einen Helm von unten! Rüber! Alle rüber! Wir brauchen eine Steinspitztacke! Wer hat die Spitzsacke? Ich nicht! Eiße! Ich hab auch keinen! Schlaut den, guckt in ihre Truen rein oder so! Guckt bei ihnen in die Truen! Achtung! Creeper! Nein! Nein! Helft mir! So! Geil theoretisch können wir doch auch bei den Stein-Creeper hochgehen lassen! Warte von oben! Kev haben von oben! Äh, warum zu Hölle hab ich so viele Steinschwerter? Ich sagte, scheiß auf Kev, Mann! Scheiße! Äh, von wem krieg ich hier Steinschwerter? Das war... Geh rauf, das hab ich da hingelegt, das Fleisch! Gomme, 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 gomme! Bleib stehen! Nimm Sachen! Gomme, Rüstung! Ihr müsst die Rüstung färben! Wofür? Damit du rüstet bist! Das ist doch eh nur Leder! Dann habt ihr auch Protection 1 drauf! Wir brauchen einen Steinschwerter! Gomme, hast du was zum Abbauen? Nein, hab ich nicht! Wir brauchen eine Spitzhacke! Ah, Pixel ist der Böse! Scheiße! Äh, Böse! Ja, aber wieso sind die so okay? Ja, ich hab Pixel! Ich hab Pixel! Hast du den Bogen? Gomme, hast du den Bogen? So, ich hab Schwerter für euch! Nein, ich hab den Bogen! Ich hab Spinnenweben! Ich hab Spinnenweben! Fuck, hier ist noch ein Magma-Cream! Leute! Äh, macht mal die Wolle weg! Ich hab jetzt Steine, um den, äh, unser Bett zuzubauen mit Steinen! Ist vielleicht ein bisschen besser, oder? Ja, äh, haben wir hier irgendwo noch Holz für den Steinschwerter? Alter! Ja, hab ich, ich hab hier welches! Da, da liegt welches! Los! Achtung, der Kev kommt! Der Kev kommt! Ja, echt? Auf ihn mit Gebrüll, wenn ich sage! Ja, ich, mein Leben muss noch regenerieren! Mach den Weg erstmal dicht! Ich! Und Basti ist aufm Dach! Nicht zu Bahn, Gomme, sonst sind wir in der Falle! Doch, Achtung! Er kommt da nicht hoch! Da, Kev! Okay, wir sind zu dritt drauf! Nur auf die Gomme, wir sind zu dritt! Ich check noch nicht, wo die ganzen Monster herkommen! Das ist total hoch! Ja, jetzt kommt Kluge auch noch! Das geht so ab hier! Ey! Nur doch! Du musst springen! Ja, okay! Hab ich nicht verstanden! Lolle, ballert auf mich! Pixel sind bei uns! Oh! Stirrpixel! Ja, hab ich! Ey, passt auf unsere Phase! Alter! Oh, ich hab noch ein halbes Leben! Danke, Mann, Nordoff! Bisschen Lebensretter! Ja, aber wieso? Wieso? Doch, wiederbekommen! Basti auch noch hier! Nein! Nein! Die kommen von oben runter! Wo? Oder? Alles klar! Nein, ich bin runter, aber ich hab Kev auch noch bekommen! Ja, genau wie vorhin! Ich bin auch Kev totgerissen! Hat noch jemand ein Schwert? Hat noch jemand ein Schwert? Hat noch jemand ein Steinschwert? Hat noch jemand ein Steinschwert für mich? Nein, ich geh Steine holen, weil ihr es ja alle nicht hinkriegt! Ja, ich hab schon ein paar, aber... Ja! Ich brauch einfach nur ein Schwert! Cool! Ich hab ein Schwert! Komm hierher, komm hierher! Wo bist du? Da! Ein Schwert! Ja! Das ist Equipment, Looting und ein Steinschwert und... Ja! Und... Nein! Das ist kein Trolling! Ich... Ich bin da ganz... Nein! Was ist ein Creeper? Was wir am Anfang hatten? Das waren vier... Vier Slot... Äh... Vier... Ich geb die in die Bar! Ich hab keine gematene Kartoffeln! Nein, ich hab gar nichts! Alter! Wo explodieren hier die ganze Zeit Sachen? Ich hab gar nichts! Und ich bin tot! Nein! Wo dann... Wo ungefähr? So kurz von denen! Ja! 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 Ich hol jetzt noch mal ein bisschen Glowstone! Leute, die haben ja schon Steine drin! Die haben auch... Ja! Ich hab schon welche reingetan! Haben wir auch Holz? Das letztendlich auch noch nicht! Nein! Es müsste mal jemand zum Holzspawner gehen! Ich bin da grad bei! Wir sind überall Monster, weil das ganze Glowstone... Ja! Ich... Ich... Ich leuchte gleich aus! Hast du das alles noch, das Glowstone? Ich hab jetzt Glowstone! Ja! Äh! Kann mal bitte jemand die Creeper und so? Saronic! Kannst du mal bitte die Creeper runterschlagen oder so? Schnell! Och du Scheiße, ey! Und jetzt schon so weit! Das ist nicht gut! So! Äh! Nordhoff, wo bist du? Wo soll ich hin? Ich bin am Holzspawnern und die sind überall Zombies mit ihr ekelhaft geholfen! Ich komme! Ich komme! Hier muss alles ein bisschen ausgelösen! Viel ruhiger alles geworden! Ja, ja! Eben war es ne pure Streicherei! Ja, echt jetzt! Ich hab 5 Volk geholt! Aber das haben alles voller Gegner da! Aber ich muss auf die Gegner achten! Gommel, kannst du das da vorne machen? Nein! Ich hab ne andere Strategie! Ich bin noch nicht gestorben! Ich... Ich werde jetzt mal auf die Gegner! Ich werde mich ganz am Rand drüber bauen! Nein! So, retten! Achtung! Ich mein nur so ein Auge auf ihr! Du! Ihr greift jetzt mal nicht alle an! Wir müssen jetzt mal die Sachen holen! Einer geht zum Glowstone-Spawner! Ich geh Stein abbauen! Und einer holt noch ein bisschen Holz! Wo? Glowstone? Damit ich hier einmal alles ausgeleicht, damit ich nicht alles immer durch die Queep in die Luft fliegt! Ah! Ich hol mir Glowstones! Was? Ich hab schon ein bisschen Glowstone! Nein, ich muss das Glowstone abbauen! Oh! Hallo? Gomme? Ja? Wow! Leck! Bei mir eben kurz! Oh, ich hab jetzt Glowstones hier! Ja! Ja! So, jetzt wird's endlich wieder Tag! Okay! Jetzt müssen wir uns auf was gefahren machen! Domsö töte mich mal ganz kurz! Dann hab ich hier nochmal! Alter, kommen wir hier über den Mittelweg! Die sind alle in der Mitte! Alle! Drei Leute sind in der Mitte! Ja, ihn soll ich töten? Mich! Ja, ja! Mach weiter! Warte Domsö! Der Spiel ist runter! Rett die Leute! Mach das Bettlich! Vier Leute! Alle in die Mitte! Vier Leute kommen da gerade! Was? In die Mitte Leute! Ey, ihr braucht noch Steine! Dann haben wir die Steinschwerter! Ich hab Steinschwerter! Ich mach euch allen die Steinschwerter! Äh, ich mein... Steine haben wir genug! Wir haben schon zwei Stacks äh... Aber ich hab auch äh... Alter, die kommen! Zu fünft! Was? Rauf! Die Brücke abbrechen! Die Brücke abbrechen! Die Brücke lösch! Mach die Brücke weg! Mach die Brücke weg! Verdammt! Ihr braucht noch ein Schwert! Wir brauchen noch ein Schwert! Oh, ich brauch ein Schwert! Da! Hier liegen Schwerter! Ich hab da Schwert hingeworfen! Ich brauch ein Schwert! Welcher? Fuck! Die können unsere Spawner kaputt machen, wenn wir nicht waren! Und der nicht? In welcher Kiste liegen wir? Haben die jetzt einen Bogen oder nicht? Nein! Aber die sind... Wo ist ein Schwerter? Ich hab keine Schwerter! Ich hab keine Schwerter! Ich hab hier ganz ganz viele jetzt reingepackt! Direkt beim... Nee, doch nicht, hä? Welcher? Welcher? Ja, hier sind keine Schwerter mehr! Komm, ich mach den Schwert! Doch, in der Reinkiste sind ganz ganz viele! Die sind schon da! Ich hab ganz viele da reingelegt! Wo sind die Hirten? Komm, ich hab ein Schwert für dich! Wo bist du? Ja, hier bin ich! Gib, 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 gib! Gib, gib! Ja, danke! Nur auf sie! Auf Luke, der ist angehittet! Ja, die sind grad... Es leckt bei mir grad übel! Die geben uns gleich die verzauberten Sachen, wenn wir die töten! Was soll ich... Was? Die zockt runterkirrt! Wow, was zur Hölle! Wer hat mich... Oh, Luke, Alter! Luke, schmeißt alle runter! Fall runter, Basti! Jaaaasch! Achtung! Entschuldigung! Pass auf, vor dir! Hinter dir! Hinter dir! Ja, ich... Wo? Rett lang! Du machst mich wahnsinnig! Ich hab Luke runtergeworfen! Gut, gut, gut! Stein und Holz! Alles klar! Ich hab mein Jeff Bucket runtergeworfen! Und ich hab dein Kev runtergeworfen! Geil! Ich hab alle runtergeworfen! Ja, ich hab taubere Sachen! So, ich bin jetzt hier beim Stein-Spawner, um mehr Steine zu holen! Ich hab ein Schwert übrig! Dann soll ich gerne mal Holz holen! Ja, Leute, ich hab Schwert... Nee, ich hab nur ein Schwert übrig! Ja, ich hab die! Zironic! Krieg ich das? Oh, das war richtig geil! Alle runtergeworfen! Zironic! Ja, hier, komm zu mir! Ja, ja, ich komm hoch! Oh, ja, wir sollen unsere Helme aufsetzen! Oh mein Gott! Ja, hier! Aus dem... Aber einer von denen Pixel hatte vorher auch nicht den Helm oder hab ich... Ja, ist so! Egal! Ja, man sieht ja den Skin nicht ohne Helm, ne? Nee, überhaupt! Auch nicht! Der Helm hat den ganzen Skin verdeckt quasi! Ist so! Ein ganzes Viertel davon! Ja, ist so! Ja... Wir haben halt keine Spitzhacke! Ich baue hier mal eben... Ich lege die Schwerte in die eine Truhe, ne? Also da sind ziemlich viele Schwerte und ziemlich viel Holz, weil ich alles von denen gebashed hab. Ja, kann mal jemand ein bisschen Glowstone zum Steinsporner bringen? Ich komm sofort vorbei! Ich hab ein Schwert übrig! Ich hab ein Schwert übrig! Ein paar Baumstämme hab ich jetzt nochmal geholt, falls wir was gebrauchen! Alles klar! Komm zurück, komm zurück, komm mal! Ja, ich komm zurück, na klar! Wir müssen hier die Position halten, bis wir von unserer Mannschaft nach vorne kommen! Gehen oder? Komm, jetzt nicht sofort angreifen! Du wartest, bis wir anderen auch ein bisschen fertig sind! Ja, ich hab ganz viele Schwerte dahin gelegt in die eine! Die hab ich alle von denen und so, weißt du? Ja, wo? Ganz viele! In der einen Truhe, da waren neun Schwerte! Die hatte ich alle von denen gescheit bekommen! Ja, wir warten, wir warten schon! Weil ich so ein toller Typ bin! So, ich komm jetzt ganz kurz mal zu Alex mit dem Glowstone! So, ich komm jetzt ganz kurz mal zu Alex mit dem Glowstone! So, ich komm jetzt ganz kurz mal zu Alex mit dem Glowstone! Äh, Sronic! Hast du noch Essen? Oh, pass auf! Pixel bei dir! Oh! Oh! Fuck! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Ich hab ihn! Drei Schwerter! Und ne Steinspitzsacke! Crazy Shiny ist... So, komm! Langsam mal zurück mit dem letzten Stein! Hast du schlecht? Ja, alles klar! Ich hab ne Steinspitzsacke! Ey, Crazy Shiny, warum hast du nen blauen Helm? Du bist doch bei uns! Doch egal, dann verarsch ich dich! Nein! Darfst du nicht! Oh, okay! Und das Look Place! Okay, ich hab wieder Steine für euch! Hat jemand Nahrung, Sronic? Hast du Nahrung? Ja, ich hab Fleisch! Ja, gib mir, gib mir! Warte ich, die schießen gleich Mama Cubes auf uns! Diese komischen Dinger, passt auf! Ja, 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 sollen sie halt! Boah, Mann! Es geht ja richtig ab! Und ich hab ne Steinspitzsacke und drei Schwerter! LOL! Von wo kam der? Von wo kam der denn? Von Basti! Der ist von oben, von hinten gekommen! Boah! Mann, nee! Ich hab, ich hab Pixel und Basti wieder! So, wo sind eigentlich unsere? Alle Sachen sind wieder bei uns! Ja, ich hol, ich komm vorbei! Leute, ähm, ich werd mich mal aufmachen zu diesen, äh, Fire-Charge-Swanern, um die mal ein bisschen verschießen! Gut! Ja! Äh, du, Darlon! Edlann, da Schwert! Ich hab noch eins! Ihr Schwerter und Spitzhacken haben die Schwerter! Ich zieh mir jetzt mal einen blauen Helm! Lass mir einen Schwerter! Nein, mach das nicht! Nein, ihr dürft keine anderen haben als ihr habt! Ja! Noch ein letztes Mal jetzt! Ah, ich hab gar kein Helm! Ja, ich hab nur keinen anderen Helm! Ihr seht noch mehr als genug in den Kisten! Und es leidend, jemand hat die kaputt gemacht! Loll! Ey, das ist so! Achtung! 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 Hau ab! Komm! Gib mir ein Schwert! Gib mir ein Schwert! Ja, ja, ja! Leute, ich hab hier noch... Ich hab noch ein Schwert! Die kommen gerade alle, pass auf, ne? Echt! Scheiße! Ich zieh mich mal ein bisschen zurück! Ja, bring mal die Schwerter wieder in die Basis! Okay, die kommen! Echt! Ja, die kommen wirklich rüber! Scheiße! Langsam kommen die wieder! Wir brauchen unbedingt einen Bogen! Der Bogen wäre so episch jetzt! Ey! Rettler, hast du ein Schwert? Spinntöten! Darum baut denn der Block da nicht hin! Jetzt bin ich wieder runtergefallen auch! Rettler, ich hab ein Schwert für dich! Steh mal kurz! Nein! Okay! Leute, ich hab 25 Fleisch! Ungebraten zwar, aber trotzdem! Scheiße! Ich hab kein Optifinal und kann nicht zoomen! Kacke! Danke! Vielmals! Ja, aber die sind einfach nur voll OP mit deren XP! Ähm, Sronic, hast du ein Schwert? XP? Was? Nur noch eins! Ist Minecraft Expert bei uns? Ja, ne? Ja, ne! Expert nicht! Ne, der ist nicht bei uns! Ich hätt ihn eben so gut töten können, danke! Oh! Ich hab ihn ja gekillt! Oh! Aber gut! Ey, die sehen mich nicht! Ich, ich schwör! Ich schwör! Ich schwör! Okay! Scheiße, ihr seid das! Woah! Ihr im Killer unterwegs! Ich schwör! Alter, wie das end! Äh, Sronic, hast du die Spitzsacke? Ja, ich hab... Ey! Ey! Gib mir mal bitte die Sachen! Gut, dann bin ich mal... Ein Schwert bitte! Ein Schwert! Ich hab keins! Ach so, doch, doch, Moment! Hast du noch Wolle, Sronic? Ey, ich hab ein... Schwert mit Knockback 2! Geil! Und hast... Nicht im Ernst! Hab ich den Gegner abgenommen? Ja eben, das hatte Minecraft Bucket! Der hat mir richtig viel abgezogen! Das ging richtig ab! Also, Lockback macht ja keinen Schaden, aber es ist halt... So, Nordop! Wann spawnen die Firechartes? Muss ich da einen Stein erst entfernen, oder kommen die normal? Ey, Pixel zieht nicht Minecraft Expert hoch, weil... Weiß ich nicht warum! Hallo! Was... Spawnen die Firechartes normal, oder nicht? Also, diese Gasferne? Die spawnen irgendwie in der Luft, und dann müsst ihr die rüberschießen! Am besten baut ihr ihre... Leute, ich bin jetzt... Ey, guck mal! Sronic, ich bin auch hier! Gerade irgendwo, aber wir haben keine Schwertsacke! Alle, weil die Gegnern am Basis infiltrieren! Ja, passt doch unsere Basis auf! Ja, ähm... Ja, passt schon! Oh, da! Passt schon! Gleich ist unser Bad weg und wir haben verloren! Oh, die... Feuer... Feuerbälle! Wie geil! Die können ja auch nicht raus, Nordop, solange wir hier sind! Was?! Ich kann ihn nicht hitten, aber er mischt! Geil! Oh, Fail! Da fall ich aus der Welt! Oh nein, wie schlecht das war! Das Spiel ist echt gut balanciert! Äh, Leute, kommen die Feuer... Äh, Battle überhaupt bei denen da drüben an? Also tut sich da was? Nein, das ist totaler Fail! Du weißt auch nicht... Ja, ich hab Kev! Ich hab Kev! Ja, wir müssen aber nicht nur Kev runterrauen, wir müssen alle da töten! Äh, gut, dass da mal einer... Einer schießt mal einfach die ganze Autos! Nein, ich hab was! Ich baue ihren Wallis! Scheiße, Basti kommt! Basti kommt! Einer soll mal immer schießen! Basti kommt drüber! Basti, okay, ich versuche ihn abzufangen! Ich probier's, aber... Äh, davon... Ja, keine Chance! Und natürlich hat der wieder... Ah, Mann! Wir haben unbegrenzten, äh... Waffenvorrat! Schnell, komm mal! Ja, vielleicht weil bei denen direkt jemand was gemacht hat für das... Gut, ich hole jetzt auch... Nudor, hinter dir ist Basti, ne? Genau! Ah, gut, gut, gut! Boah, Alter, ich hatte eben so Internetprobleme, ey! Ja! Oh, ich hab keinen Helm! Nudor, hast du noch nen Helm dabei? Ist irgendwas passiert oder so? Nein! Ja! Muss ich mir jetzt nen Helm holen! Alter, ich frag mich, ob sich das überhaupt lohnt mit den Feuerbällen? Ich hab das nur im Trailer gesehen! Ja, da würde ich nicht zu viel Zeit drauf verschwenden! Soll ich noch ein paar Steinspitzhacken machen? Bin... Oh! Dass jeder eine hat, hallo? Aber ich bin jetzt gerade über ihrer Basis! Ich würde die nicht die ganze Zeit mitnehmen! Ich würde halt einfach immer ganz kurz... Nur wenn ihr wirklich auch angreift oder so... Ey, soll ich mich hier vercampen? Und das nächste Mal, wenn die stark angreifen, komm ich dann rüber irgendwie! Und äh, oder ähm, baue dann deren Bett ab! Weil ich will die jetzt ein... Ich will die jetzt sowas von angreifen, ey! Äh, warum sie nehmen am besten noch eine Steinspitzhacken mit? Für dich? Ich kann auch ganz... Also wie gesagt, wir haben ja genug Holz und genug Steine! Also ich kann... Ja, das Problem ist, ich bin gerade... Ja, ich hab nicht nur eine... Ist das erlaubt, was ich hier jetzt gerade mache? Ihre Spawner abzubauen? Ihre Wolfspawner? Ja, klar! Ja, na klar! Das hab ich auch schon gemacht! Das ist das Beste, was du machen kannst! Ja, ich bin bei dir oben! Ich hab schon ihre Steinspawner abgebaut, das heißt, die haben nicht unendlich da an... Steinsachen und so... Glaub ich geriert voll in die falsche Richtung, ja... Achtung, die bauen sich ja von den Seiten auf... Na dann, geh jetzt hier runter, da kannst du... Erst macht die Wolle, spawnen alle weg! Sehr gut! Ist ihr Bett weg? Äh, Domse, du musst dich doch mal töten! Ich hab wieder keinen Hunger! Das Bett ist kein Wohnen! Äh, ich hab das Bett abgebaut! Ich hab das Bett ab... Oh, oh, runter! Ja! Jaaaa! Jaaa! Das Bett von denen ist weg? Ich hab's abgebaut! Ich bin nicht gewonnen, alle von ihnen, die jetzt sterben, sind definitiv raus. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Ich glaube, die will jetzt defensiv gehen, oder? Da vorne ist Luke, da vorne ist Luke. Ja, ich kümmere mich um den. Richtig überrascht von der Seite. Komme, ich gebe dir noch eine Steinspitze. Oder nee, Seronic wollte sie. Luke ist tot, ich habe ihn runtergeworfen. Ja, Seronic wollte eine. Okay, dann bringe ich ihm eine. Jetzt ist ja egal, ich wollte das machen, um die Sachen abzubauen. Achso. Oh, geil, Mann, das liebe ich einfach. Wir haben jetzt gewonnen, echt jetzt. Das ist geile Arbeit. Der hat länger gedauert. Richtig geil. Das Pixel da oben, ach, die sind in der... Das war ein richtig emotionaler Kampf, finde ich. Ja, und ich da eben, ich war schon wieder völlig am zittern hier, als ich da im Bett war. Und ich das nicht wegen der Wasserströmung nicht einsammeln konnte. Wir haben jetzt sowieso schon verloren, also wir müssen jetzt nur noch kurz Konzentrationen bewahren. Wer lebt noch von Ihnen eigentlich? Minecraft Bucket, der steht da oben auf der Brücke, aber ich bin wieder tot. Egal, egal, wir haben gewonnen. Geil. Wir haben noch nicht gewonnen. Ich greife mal ganz kurz Minecraft Bucket an. Gut wie, man kann eigentlich schon sagen, man hat gewonnen. Wo sind, wo ist die letzte von denen? So, ich hab ihn getötet. So schnell unser Bett holen und so. Sieg. Sieg. Das war's schon? Ja, wir haben gewonnen. Die Runde geht an uns. Juhu. Ja. Nochmal. Danke, danke. Ich bin jetzt in der Runde Robots Battle. Der Bett weg, das ist das Sinn, diese Map. Nice. Sehr gut. Bett weg. Jawoll. Ja, wir sagen Aufnahmeende, oder? Ja. Ihr werdet sich sehr, sehr gut aus jetzt. Ja, Leute, war keine. Genau, also meine Zuschauer, haut rein, tschüss. Total. Ja. Okay. Ciao. Vielmals ist zu sehen und sagt tschüss und bis zum nächsten Mal, Leute. Das ist es.